Vögel zwitschern in der Regel nicht speziell für Katzen. Vögel zwitschern, um miteinander zu kommunizieren, ihre Vier zu markieren, nach Partnern zu suchen oder potenzielle Gefahren zu signalisieren. Der Zwitschern der Vögel dient also in erster Linie zur eigenen Kommunikation und hat normalerweise nichts mit Katzen zu tun. Allerdings reagieren viele Katzen instinktiv auf das Zwitschern von Vögeln, da es für sie ein natürlicher Reiz ist. Das Zwitschern kann die ihrer Aufmerksamkeit erregen und ihren Jagdinstinkt wecken. Viele Katzen finden das Beobachten von Vögeln faszinierend und können stundenlang damit verbringen, ihnen zu... Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.